Heute im Test die PowerSmoke von Pirulant im Fünferpack im Bund. Machen wir mal auf. Wir haben hier fünf verschiedene Farben. Einmal haben wir hier blau, meine ich, ja. Dann haben wir hier einmal gelb, einmal grün, einmal orange und einmal rot. Wir testen die jetzt hintereinander und dann wünschen wir euch süß. Nicht schlecht, orange ist auch sehr schön. Sehr lange Brenn-Dauer. Sehr geil. Vor allem das orange, das hält sich auch in der Luft noch schön. Absolut genial. Jetzt der grüne. Sehr, sehr dunkle Kuh. Richtig genial. Richtig genial. Ja, da. Richtig. 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 Da geht's era. Nee. Das lässt langsam nach aber halleluja. sehr schönes geld absolut genial richtig geil geil absolut lange raufbrenndauer raufdauer ich wollte schon raufdauer sagen meine gute absolut keine krasse rauchentwicklung blau ist ziemlich schwach sieht aber dennoch schön aus aber blau ist wirklich nicht zu empfehlen so 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 jetzt noch zu guterletzt der rote ok sieht aber eher pink aus oder lila aber sehr heftiges rot geil sehr geil sehr geil so 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 also rot gefällt mir mit bis jetzt mit am besten so 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 so